ja hallo meine freunde hier kommen wir zu einem kleinen video von mir denn morgen startet ja schon um 19 uhr mitteleuropäischer zeit das apple event als live streaming und ich persönlich freue mich auch schon drauf na klar auch auf das iphone 13 und ich hoffe dass die meisten futures auch so kommen wie es geleakt worden ist und würde mich auch freuen abgesehen von der apple watch 7 das sind auch vielleicht das ipad mini vorgestellt wird und vielleicht noch andere futures das war wieder ein highlight kommt ich persönlich freue mich schon drauf werde mir am 15 schon gleich meine telekom reservierung beanspruchen so dass ich denn mein iphone ganz schnell bekomme denn ich möchte gerne das iphone 13 pro max haben das hängt es nur davon ab gibt es das noch mit 256 oder 512 also mit 128 gb ist es mir persönlich zu klein dafür filme ich zu viel und fotografieren zu viel aber das muss jeder klar jeder selber entscheiden ich hoffe dass die akkuleistung auch entsprechend groß ist gut soweit mir bekannt ist es nach die kamera wird deutlich besser werden neuer prozessor dieser a 15 bionic wird kommen ich hoffe dass denn auch das display panel 120 herz haben möchte oder wird also ich würde mich freuen darüber was hat es mit der satelliten funktion zu tun und betrifft das dann auch in deutschland ist es möglich in einigen ländern ist es wohl nicht möglich das ist na klar auch nur eine reine sos funktion ja dann lasse ich mich mal überraschen und ich hoffe ihr seht euch das auch an und dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video und ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen es soll auch nur ein kleiner weckruf sein dass morgen ein apple event ist und wenn es euch gefallen hat ein daumen hoch wenn es euch nicht gefallen hat zwei daumen hoch und wenn ihr keine weiteren videos in zukunft verpassen möchtet wollt dann abonniert doch meinen kanal es werden viele sachen präsentiert und ich versuche es zumindest und dann würde ich sagen ciao ciao euer riverdave ich hoffe das video hat euch gefallen supportet mich weiter unterstützt mich weiter abonniert meinen kanal so verpasst ihr keine videos wenn es euch gefallen hat einen daumen hoch wenn es euch nicht gefallen hat zwei daumen hoch und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dann euer riverdave ciao ciao